Ist Ihnen Freiheit auch wichtig? Freiheit ist für mich auch Heimat. Denn da in der Schweiz, meiner Heimat, finde ich meine Freiheit. Freiheit bedeutet mir, unser Leben selbstbestimmt gestalten zu können. Das müssen wir uns jeden Tag bewusst sein und ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Freiheit ist aber nicht grenzenlos und verlangt Verantwortung. Gegenüber sich selber und gegenüber unseren Mitbürgern. Jede Person soll selber entscheiden können und dürfen, wie sie ihr Leben gestalten. Sei es für den Beruf, Familie oder Freizeit. Jeder Mensch soll seine Fähigkeiten einsetzen dürfen. Diese müssen gestärkt und nicht beschnitten werden. Ich glaube an jeden Einzelnen. Jeder kann seinen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Verantwortung, Respekt und Ehrlichkeit sind wichtig für mich. Für die ganze Gesellschaft. Wir müssen uns gemeinsam einsetzen, damit wir den Staat nur für Aufgaben brauchen, die nicht vom Individuum gelöst werden kann. Das ist meine Überzeugung. Dafür setze ich mich ein. Danke Ihnen für die Unterstützung.